Wir besuchen jetzt unseren Lehrling Niko, der hat einen ganz speziellen Lehrberuf und den schauen wir uns heute an. Niko, geht's dir gut? Ja, sehr gut. Du bist fleißig am Werk. Niko, wie bist du auf die Salzburger AG gekommen als Arbeitgeber? Also ich habe mich beworben als Applikationsentwickler und nachdem ich dann auch eingeladen worden bin zum Bewerbungsgespräch bei der Salzburger AG, habe ich mir gedacht, das ist das richtige Unternehmen für mich. Niko, du bist jetzt vier Wochen bei uns, wie war da deine Anfangszeit? Wie bist du aufgenommen worden bei uns? Also am ersten Tag, wo ich gekommen bin, habe ich gleich einen Party zuerteilt bekommen. Der hat sich super um mich gekümmert und hat mich gleich mit den Kollegen bekannt gemacht und hat geschaut, dass ich mich wohlfühle in der Firma. Was machst du als Applikationsentwickler? Also ich als Applikationsentwickler lerne jetzt gerade meine erste Programmiersprache in C und das ist halt mal die Basis, damit ich mal dann später in die schwereren Sprachen mal richtig durchstarten kann. Wie war für dich das Bewerbungsgespräch? Also beim Bewerbungsgespräch habe ich zuerst einen Test gehabt und danach das klassische Bewerbungsgespräch und ich muss wirklich sagen, durch die Kombination kriegt man wirklich mit, was das Unternehmen will von einem und was das Unternehmen auch bietet.